Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu einem neuen Teil der Reihe Meine Meinung zu Sailor Moon Charakteren. Heute mit den drei Katzen Luna, Artemis und Diana. Beginnen wir gleich mal mit Luna. Wer unseren Podcast kennt, hat vielleicht den Eindruck, dass ich sie nicht besonders mag, aber eigentlich stimmt das nicht. Ich war allerdings echt überrascht, wie gemein Luna oft zu Usagi im 90er Anime ist. Sie hackt so oft auf ihr rum. Eins der schlimmsten Beispiele ist wohl Folge 4, wo sie Usagi damit aufzieht, dass sie zu fett sei und sie zu einer völlig unnötigen und ungesunden Abmagerungskur treibt. Aber Folge 4 ist sowieso auf ganz vielen Ebenen schlimm. Oder auch wie gemein Luna oft zu Artemis ist, obwohl er eigentlich so nett ist. Man sieht zum Beispiel die Folge, in der sie ihn immer Doofkatze nennt. Man hat ja immer im Hinterkopf, dass Luna einfach eine nette Ratgeberkatze ist. Und klar, in manchen Szenen ist sie das auch, aber ich war bei meinem Rewatch echt schockiert, wie wenig das doch der Fall war. Und man hat auch im Hinterkopf, was für ein süßes Paar Luna und Artemis sind. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wie sie ihn oft behandelt, die Beziehung wäre für Artemis vielleicht doch nicht so schön. Luna ist ja zum Beispiel auch wegen jedem Mist eifersüchtig. Zum Beispiel auch auf diese Nonne, in die Artemis angeblich verliebt war, was ja ein Missverständnis war. Aber wenn sie sich in Kerkero und Yaten verknallt, ist das voll okay? Aber trotz all diesen negativen Punkten mag ich Luna. Ein Grund dafür ist sicher, dass Katzen meine absoluten Lieblingstiere ist. Ich heiße ja nicht umsonst Sailor Cat. Und besonders Luna ist ja quasi das Maskottchen von Sailor Moon. Sie ist seit Folge 1 dabei und mit ihr hat alles angefangen. Auf Merch macht sich ihr schlichtes, aber ikonisches Design auch sehr gut. Und selbst einige Leute, die die Serie nicht gesehen haben, kennen Luna. Und ich mag auch an sich das Konzept von der weißen Ratgeberkatze, nur wünschte ich, Luna wäre das mehr gewesen. Aber Luna wusste ja anfangs auch nicht viel. Sie hatte keine Ahnung, was mit der Prinzessin und dem Silberkristall ist, weil ihre Erinnerungen ja versiegelt waren. Das ist natürlich klar, so aus Schreiberperspektive, denn man will ihr anfangs nicht zu viel verraten. Im Manga ist das nicht so schlimm, weil die Story da ja eh schnell voranschreitet. Aber im Anime musste man so viele Folgen mit so wenig Infos überbrücken. Und somit kam Luna leider nicht besonders hilfreich rüber. Sie war leider oft stattdessen der Spielverderbercharakter, der jeglichen Spaß verbietet, als jemand, der Usagi wirklich unterstützt. Ich weiß, das klingt jetzt echt hart, aber glaubt mir, ich mag Luna trotzdem. Ich finde es nur etwas schade, was man aus ihrem Konzept gemacht hat. Im Manga wirkt sie viel einfühlsamer und wirklich wie Usagis Freundin. Sehr im Gedächtnis geblieben ist mir zum Beispiel, als Usagi Luna in den Arm nimmt und sagt, wie lieb sie sie hat. Oder als Luna in der Geheimbasis angegriffen wird und Usagi erst dann so richtig ausrastet. Leider hat aber gerade der Manga das Problem, dass Luna schnell irrelevant wird. Sie ist ja ursprünglich Usagis einziger Ansprechpartner für dieses ganze Senshi-Zeug. Aber schon in Kapitel 2 kommt ja Ami dazu. Dann ist Luna ja auch da, die anderen Mädels zu erwecken und sie anzuleiten, aber auch das ist ja schnell nicht mehr relevant. Im Anime gibt es die Phase, in der Usagi allein kämpft, ja ziemlich lange, aber auch hier wusste man später nicht mehr so recht, was man mit Luna und auch Artemis machen sollte. Einen großen Auftritt bekam sie dann nochmal im S-Movie, was ich eine schöne Idee fand. Dass Luna sich in Kakeru verliebt, ist zwar etwas komisch, aber sie akzeptiert am Ende ja doch, dass sie ihn nicht haben kann. Und eine temporäre Menschenform bekommt sie auch. Und ich liebe dieses Design so sehr. Es ist für mich ganz weit vorne dabei bei den besten Sailor Moon-Designs. Achtung, Manga-Spoiler. Im Manga ist es ja nicht das einzige Mal, dass sie diese Menschenform annimmt. Was wir im Anime nämlich leider gar nicht erfahren. Sie und Artemis kommen ursprünglich vom Planeten Mao. Und ich finde das mega interessant, denn, hallo, ein Katzenplanet? Und ich hätte so gerne mehr darüber erfahren. Ich habe diese Idee ja sogar für meine Sailor Cat Fanfiction aufgegriffen, denn Sailor Cat kommt ja auch vom Planeten Mao. Also habe ich mir so ausgedacht. Aber okay, sprechen wir jetzt über Artemis. Ich habe ja schon erwähnt, dass er mir echt leid tut, denn mit Luna und Minako, die sich ständig über ihn lustig machen, hat er es echt nicht leicht. Dabei ist Artemis so lieb und verzeiht sehr viel. Und es ist auch süß und witzig, wie tollpatschig er ist. Klar, auch er haut manchmal füße Sprüche gegen Minako raus, aber ich finde es irgendwie gerechtfertigter als Lunas Rumgehacke auf Usagi, denn Minako ist ja auch oft nicht so nett zu Artemis. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch voreingenommen, weil Usagi mein Lieblingscharakter ist und weil ich nicht so der Riesenfan von Minako bin. Aber ich habe zumindest im Kopf, dass Artemis füße Sprüche eher gerechtfertigt sind. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das seht. Im Manga ist Artemis leider nicht so lustig und spielt keine sehr große Rolle. Außer im Dream Arc, denn da rettet er ja Minako und gibt ihr sogar neue Kräfte. Das war super episch. Und da bekommt er ja auch seine Menschenform, die uns im Anime einfach unterschlagen wurde. Eine größere Rolle spielt er aber natürlich im Sailor V Manga, auch wenn Minako da irgendwie noch gemeiner zu ihm ist als im Anime. Am schlimmsten ist das Kapitel, in dem sie sagt, Artemis, dieses Viech ist nicht unsere Katze. Und sie lernt auch nichts dazu. Klar, Sailor V ist ein Comedy Manga, man sollte es nicht so ernst nehmen, aber trotzdem, ein großes Herz für Artemis. Im normalen Sailor Moon Manga ist es aber nicht so schlimm. Und dann haben wir noch Diana, oder eigentlich Diana. Zu ihr kann ich absolut nichts Negatives sagen, denn sie ist einfach immer ultra süß und lieb. Ich finde es auch witzig, wie sie manchmal unabsichtlich Sachen ausplaudert, wie zum Beispiel, dass Neo Queen und King Endymion gerne mal blau machen. Und wie sie auch immer so super höflich zu Mamoru und Usagi ist. Leider wurde sie im Anime erst in Staffel 4 eingeführt, während sie im Manga schon seit dem zweiten Arc dabei ist. Aber leider wusste man in beiden Versionen nicht so recht, was man mit ihr machen sollte. Und so bleibt sie zwar mega süß, aber leider auch ziemlich irrelevant. Im Manga passt sie kurz an Plutus Stelle auf das Raumzeittor auf, wo man sich auch fragt, was sie denn schon ausrichten soll, aber es ist eine echt liebe Geste. Und später bekommt auch sie eine Menschenform, deren Design ich sehr mag. Also, mein Fazit zu den Katzen im Anime und Manga. Die drei zu vergleichen und einen Favoriten auszusuchen, fällt mir etwas schwer. Ich kann halt nichts gegen Diana sagen, allerdings hat sie auch nicht viel Persönlichkeit und hat kaum Relevanz. Bei Luna und Artemis mag ich Artemis im Anime deutlich lieber von der Persönlichkeit her. Im Manga ist es aber Luna, denn da ist sie ja viel netter als im Anime und da habe ich nichts gegen sie. Außerdem mag ich schwarze Katzen lieber und ich habe irgendwie ein Faible für weibliche Charaktere. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht blöd, aber so ist es halt. Ich weiß, es sollte eigentlich keine Rolle spielen, ob man einen Charakter mag, aber seien wir mal ehrlich, das Design und Konzept von Charakteren beeinflusst uns wahrscheinlich mehr, als wir denken. Also, sagen wir mal, wenn ich zum Beispiel die Wahl habe zwischen einer Luna-Tasche und einer Artemis-Tasche, dann nehme ich wahrscheinlich die Luna-Tasche, einfach weil ich schwarz lieber mag. Generell zu den Katzen kann ich sagen, schönes Konzept und Hallo, es sind Katzen, da bin ich immer begeistert. Ich fand es nur etwas schade, dass sie im Laufe der Serie immer irrelevanter werden. Und ich finde es schade, was man im Anime mit Lunas Charakter gemacht hat. Man hätte noch mehr aus ihnen rausholen können, aber das trifft sicher auf viele Sailor Moon-Charaktere zu, denn es gibt ja sehr viele. Natürlich hatten sie aber trotzdem ihre Momente und bessere Sailor Moon-Maskottchen könnte ich mir nicht wünschen. So, sprechen wir jetzt über die Live-Action-Serie PGSM. Die Katzen sind in dieser Version ja berühmt berüchtigt, denn es sind Plüschtiere. Ja, leider ist das auch einer der Gründe, warum einige Leute von PGSM abgeschreckt sind. Und ja, ich bin auch kein Fan davon, aber jetzt mal ehrlich, was hätten sie machen sollen? CGI war damals ziemlich teuer und PGSM hatte nicht so viel Budget. Das CGI in der Show sieht auch echt nicht gut aus. Und eine echte Katze zu trainieren ist schwierig. Die Plüschtiere sind eigentlich eine ganz clevere Lösung, denn so fällt es auch nicht auf, wenn die Mädels sie überall hin mitnehmen, denn sie sollen ja keine echten Katzen darstellen, sondern wirklich magische Plüschtiere. Und natürlich hat Bandai somit auch wieder ein Spielzeug zum Vermarkten clever gemacht. Von der Persönlichkeit her kann ich eigentlich nichts Negatives sagen, da waren sie recht ähnlich zum Manga. Artemis ist hier als Ansprechpartner für Minako sehr wichtig, denn er ist der Einzige, mit dem sie wirklich über alles reden kann. Wer die Serie kennt, wird wissen warum. Bei Luna hat man das Gefühl, so zur Mitte der Serie hin wusste man nicht so ganz, was man mit ihr machen soll und sie war nur noch wenig da. Das war zwar an sich nicht schlecht, weil die Plüschtiere an sich ja ein bisschen cringe sind, aber es wirkte echt komisch, weil sich die Senji da total auseinanderleben und man fragt sich die ganze Zeit, warum Luna nichts unternimmt oder, noch schlimmer, ob sie gar nichts von den Problemen merkt. Aber gut, ansonsten hätte die Story wohl auch nicht funktioniert. Kurz darauf hatten sie dann aber doch eine Idee für Luna. Achtung, Spoiler! Sie wird eine Sailor-Kriegerin, Sailor Luna! Und das finde ich einerseits total unlogisch, aber ich feiere es auch. Dass der Silber-Kristall einfach so eine neue Sailor-Kriegerin ausspuckt, kann man ja gerade noch so akzeptieren, weil in PGSM eh einiges anders funktioniert. Aber wieso zur Hölle ist sie ein Kind? Das ergibt halt so gar keinen Sinn, weil man bei Luna an eine erwachsene Frau denkt. Gut, man muss dazu sagen, ihre Manga-Menschenform soll ja sogar ein Jahr jünger sein als Usagi, was ich auch immer schon komisch fand, aber ein Kind? Man merkt halt sehr, dass sie der Chibi-Usa-Ersatz ist, damit die Kinder eine Identifikationsfigur haben. Aber ich kann über die Unlogik hinwegsehen, denn Sailor Luna ist großartig. Vor allem ihre Einführungsfolge ist so witzig, wie sie durch die dämlichsten Zufälle daran gehindert wird, zu sagen, wer sie ist. Oder auch die Szenen, in denen sie gegen Kunzeit kämpft, sind so geil. Kunzeit ist so ein eindrucksvoller Charakter und sie verarscht ihn einfach. Allerdings ist es etwas seltsam, wie sie, als Kind, den Senshi immer Anweisungen gibt und sie trainieren will. Aber wie gesagt, ich kann darüber hinwegsehen. Für Katzen-Sailor-Kriegerinnen bin ich natürlich immer zu haben. Fun Fact, ich wurde auf Conventions auch schon manchmal für Sailor Luna gehalten und dabei ist es sogar eigentlich Zufall, dass mein Kostüm und ihr Kostüm uns so ähnlich sehen. Also das war von mir gar nicht beabsichtigt. So, kommen wir zum Schluss noch zu Sarah Mew. Da gab es bisher nur drei Musicals, in denen Luna vorkam und mit Artemis nur eins. Im allerersten waren sie zusammen dabei und trugen diese sehr hässlichen Kostüme. Sie waren auch für die Story nicht sehr relevant, sie waren da nur so die Erklärkatzen. Und Luna singt ein random, aber ganz cooles Lied über Feminismus. Dann kam lange nichts, denn normalerweise sind die Senshi in den Musicals immer schon erwacht. Da sind die Katzen halt nicht nötig. 2018 kam aber das Nogisaka-Musical, in dem es um das Erwachen der Sailor-Kriegerinnen geht. Da war Luna eine Puppe mit Puppenspielerin, was sehr gut funktioniert hat. Die Puppe sah gut aus und ihre Bewegungen auch. Und die Spielerin war natürlich so angezogen, dass sie nicht so sehr auffällt. Im nächsten Musical wollte man dann die Prinzessin Kaguya-Geschichte zeigen, wo Luna ja quasi die Hauptrolle spielt. Das hätte mit einer Puppe wohl nicht so gut geklappt, deshalb hatte man wieder einen Menschen im Kostüm, was diesmal aber gut aussah. Es gab auch eine zweite Luna-Schauspielerin, die vor allem die Bewegungen und das Tanzen drauf hatte. Also die haben immer durchgetauscht. Diese Luna spielt dann auch Menschen-Luna am Ende, denn es wäre halt blöd gewesen, Menschen-Luna nur für eine Szene am Ende zu casten und deshalb kam man dann auf die Idee mit den zwei Lunas. Die waren auf jeden Fall beide sehr gut. Artemis kam dort nur als kleine animierte Silhouette vor, denn für die Handlung braucht man ihn ja eigentlich nicht. Das war's. Zulete, Nankai Nai, Aanata Gairu Musik Musik So, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den Katzen in Sailor Moon haltet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like oder ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.